Transistor-Kennlinie, Kollektor-Strom, Basis-Strom Schaut man sich Transistor-Kennlinien beispielsweise aus einem Datenblatt an, bekommt man hier gezeigte Schaubild zu Gesicht. Zunächst sieht es etwas verwirrend aus. Grund dafür ist, dass in dem Schaubild drei verschiedene Transistor-Kennlinien aufgezeigt sind. Der Sinn dahinter ist, dass es beim Transistor ja nicht nur eine Spannung und einen Strom gibt, sondern mehrere und diese werden im hier gezeigten Schaubild zusammengefasst. Das heißt, wie gesagt, wir haben drei verschiedene Kennlinien. In diesem Video schauen wir uns die hier markierte Kennlinie genauer an. Zur besseren Erklärung und auch für das einfachere Verständnis drehe ich die Kennlinie zunächst. Bei dieser Kennlinie handelt es sich um die Abhängigkeit von dem Kollektor-Strom IC zum Basis-Strom IB. Praktisch aufgezeigt, worum geht es? Wir haben hier jetzt ein Transistor eingeblendet. Der Kollektor-Strom ist hier rot markiert, am Transistor sowie auch an der Kennlinien Y-Achse. Der Basis-Strom IB ist hier grün markiert, ebenfalls am Transistor wie auch an der Kennlinien X-Achse. So weit, so gut. Jetzt wissen wir, worum es sich bei der Kennlinie handelt. Wie gesagt, um die Abhängigkeit von IC zu IB. Durch die Kennlinie lässt sich auch nochmal sehr schön sehen, dass ein bipolare Transistor stromgesteuert ist, nicht spannungsgesteuert. Warum? Durch den Basis-Strom wird entschieden, welcher Kollektor-Strom vorhanden ist, nicht durch die Basis-Emitterspannung. Wichtig auch noch zu erwähnen ist, dass hier gezeigte Zahlenwerte nur Beispiele sind. Je nach Transistor-Typ sind diese unterschiedlich. Entnehmen lassen sich diese Werte aus entsprechendem Datenblatt. Kurz zur Wiederholung und zur Verständnis ein Beispiel. In die Basis fließt ein Basis-Strom von IB gleich 10 µA. Wie viel Strom fließt in den Kollektor rein, also wie groß ist der Kollektor-Strom IC? Wir nehmen uns die Kennlinie zur Hand, zeichnen den Basis-Strom von 10 µA ein und lesen dann den Kollektor-Strom ab. Haben wir einen Basis-Strom von IB gleich 10 µA, beträgt der Kollektor-Strom also ca. 4 mA. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.